Ich sehe vielleicht professionell und erfahren aus, aber ich habe keine Ahnung, was ich mache. Ich würde es einfach lernen mit der Zeit. Was mache ich jetzt? Ich kriege jetzt mal ein Gefühl für die Sache. Was ist das? So viel Sapsche hier dran. Das ist auch so sexuell, oder? Töpfern. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Das ist kein Pimmel. Was soll schon passieren? Der Pimmel bricht ab. Ihr fragt euch, ich habe mir gedacht, was machst du denn überhaupt? Ich mache das, was am Ende mal rauskommt. Jetzt hat sich fast der Pimmel abgelöst. Oh, oh, nass. Feuchtigkeit ist immer gut. Es ist normal, dass man so viel Schlodder an den Händen hat. So ist es auf jeden Fall falsch. Es wird nichts. Guck mal, wie es eiert. Ich will einfach nur ein Hobby haben. Seit wann muss man denn in allem immer gut sein? Ich wollte genau diese Form. Frage ist, wann höre ich auf? Wann gebe ich auch auf? Es reicht. Wow, eigentlich ganz geil. Tada, das ist meine erste Kaffeetasse, die direkt einen Untersetzer hat. Wie gesagt, es ist okay, scheiße in seinem Hobby zu sein. Irgendwie geil. Ja, es ist okay. Nein. Vielen Dank.